Hallo und Herzen Willkommen zur neuen Folge 1119 auf der Artefeld und seinem Schönen Tierprojekt. So weiter geht es hier mit Coburn. 50 und 12 Meter. 12 Meter ein. 12,50 Meter hat. 12,90 Meter. Das ist falsch. Das sieht gut aus. Jetzt. Zudel. Aber es wäre ruhig viel vorgewandt, denke ich, und dann geht es hier an die Bahn ran. Auch die Mille dann mal wieder. Okay, kommt es wieder reichen. Oder ob wir da noch eine dritte. Das würde ich brauchen. So. Mal gucken, wir haben ja drei Schritte eingenommen. Zeit ein wenig durchzuschlagen, nenne ich es mal so. Mal gucken, ob wir ratzen können. Mit den Matratzen. Mal gucken. 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 Das ist ein bisschen neuer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Achja, so ist das mit dem Licht Untertitelung des ZDF, 2020 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 So will ich, naja, mit dir schon geht's. Jetzt gucken wir mal, ob es ein kleineres Rund drin ist, ob es düsterlich kriegt, oder ob das Rund ein bisschen absteigen bekommt. Jetzt müssen wir drei Runden vor, kommen wir davon nicht nur die Idee. Okay. 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 Das ist ein Schock, das ist ein Schock, das ist ein Schock. Garage Ob er brauche ich Ja 12,20m hat er ja ok Ok 12,20m hat er auch wieder 12,50m Egal Die Lippe Lappen macht freudig viel Fett So Auf unserem Laufen Ein Stück trinken Auf dem Fall das ist Wochenende Im Kommen der Woche haben die sommerliche Temperaturen um die 30-35 Grad gemeldet Da muss man schon wieder Viertel davon weichen Spätchen Schatten der Woche Aber was will ich machen Kann ich nur gucken zu und das hinnehmen Weil da kann ich nichts ändern Dann das Was ist das Wann sind Schrägen zu kommen 2-3 Bahnen und dann noch ein paar Schräger dran, wie ich sagen. Dann wird das kurze Wohlerhändler für die Stelle. Erst dann so viel kurz zurück bis dann die 2. bis 3. Tage. Zugelehr. Ich fahre nicht. Ich habe mir von der Feldfläche einfach die Hälfte der Tage gut geschafft. Und jetzt gucken meine Missionen-Fortschritt. Aber nur. Ich mache eins nach dem anderen fertig. Oder die 1,21 ist wohl von Strandwänscher. Und wieso war das? Warum jedenfalls zusammenhängt die Felder. 2,21 ist doch nicht. 3,24 ist doch nicht. Ich muss die Lune gucken. Ich fahre das erste Mal. So haben wir nicht gewettet. 2,23 ist doch gar nicht. Wir schauen, ob die miteinander verbunden sind, oder ob die Dorpstadt rüber kann einfach so schnell flott nach hinten. Aber wir werden sehen. So, jetzt geht's los. So, jetzt geht's los. So, jetzt geht's los. So, ich sehe gerade wir sind schon wieder nahe dem Folgen Ende. Ich denke, wir möchten in der nächsten Folge das letzte Stückchen hier bis da oben hin weiter. So, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Däumchen da. Ich bin raus. Ciao, ciao. So, jetzt geht's los. So, jetzt geht's los. So, jetzt geht's los. So, jetzt geht's los. So, jetzt geht's los.